Als allererstes schalten wir jetzt aber nach London, und zwar direkt ins Wembley-Stadion. Da sind ja eigentlich heute österreichische Fans verboten. Keine Österreicher vor Ort, fast keine Österreicher, muss man sagen. Denn ein einziger Österreicher, der hält dort quasi die Stellung. Attila Dogudan, der bekannteste Gastronom, der dort das Catering macht, auch in der VIP-Area. Hallo Attila, hörst du uns? Hallo, willkommen in Wembley. Attila, wie ist das denn im Wembley-Stadion? Du hast ja einige Spiele schon erlebt dort. Wie kann man sich das vorstellen, in diesem halbleeren Wembley-Stadion? Kommt da überhaupt irgendeine Art von Stimmung auf? Wie ist das? Also ich muss sagen, das Wembley-Stadion ist ja wirklich ein besonderes Stadion, ein Riesenstadion. Natürlich, wenn nur 15.000 oder 25.000 da sind, ist es ein bisschen schlechter als die 90. Aber es ist trotzdem eine unglaubliche Stimmung hier. Und ich muss ehrlich sagen, es ist schon eine Herausforderung. Für uns ist Halbzeit. Wir haben heute das vierte Spiel, noch vier bis zum Finale. Also schauen wir mal, wie es wird. Heute sind wir ja besonders aufgeregt, weil wir ja als Österreicher spielen. Bist du eigentlich mit deinem Team, seid ihr die einzigen Österreicher im Stadion? Oder sind da auch irgendwelche österreichischen prominenten Politiker, die heute einfliegen? Also wir sperren ja jetzt gerade auf. Das heißt, für uns kommt sozusagen der Countdown genau rechtzeitig. Die nächsten drei Stunden sind Hospitality-Einlass bis zum Spielbeginn. Bis jetzt noch keinen einzigen anderen gesehen als unser österreichisches Team und ein paar österreichische Journalisten. Werden wir sehen, wer noch kommt oder nicht. Das kann ich auch in zwei, drei Stunden sagen. Vielleicht so ein bisschen, wie ist denn generell die Stimmung in London? Weil man liest ja die ganze Zeit von der Delta-Variante und sehr, sehr strengen Quarantäneregeln in London. Und generell in Großbritannien ist ja auch der Grund, warum keine österreichischen Fans heute dabei sind. Wie erlebst du das? Ist das irgendwie ein neues Auflammen der Corona-Pandemie derzeit in England? Oder ist das eher eine Medienhystery? Also es ist hier eine sehr gespaltene Stimmung. Die eine Seite ist, dass in den Fallzahlen eine unglaubliche Steigerung ist. Wir haben vorhin gerade gehört, dass 18.000 Fälle sind. Das ist fast das Doppelte als vor einer Woche. Also es ist schon beängstigend. Und ich glaube, die Engländer im Sinne der Regierung, alle, die hier große Verantwortung haben, sind sehr, sehr, sehr besorgt über diese Entwicklung. Zumal ja hier eine extrem hohe Impfrate ist. Was wir hier hören und lernen ist, dass eine Impfung und keine Impfung gar nicht reicht, wo zwei Impfungen ein relativ hoher Schutz ist. Das ist sozusagen die eine Seite der Medaille. Und das andere ist, wenn die Fans in das Stadion hineinkommen, da geht richtig die Post ab, egal ob es 15.000 oder 25.000 sind. Es ist ja ab dem nächsten Spiel 40.000 und dann für Semifinale und Finale sogar 60.000. Also die Fans kommen hier hinein, legen die Maske ab, nehmen ein Bier und ein zweites und ein drittes und dann ist eigentlich wie gewohnt die gleiche Stimmung. Also das ist so die diametrale Stimmung, die wir hier miterleben. Wie sind denn generell die Sicherheitsvorkehrungen im Wembley-Stadion? Muss man getestet sein, um reinzukommen? Oder gibt es sonst andere Maßnahmen, Regeln, die gelten für die Fans? Also es gibt grundsätzlich eine hohe Sicherheit, um ehrlich zu sein. Auch wenn wir hier reinkommen, wir sind ja auch permanent getestet. Man hat auf den Ausweisen überall elektronische QR-Codes, wo man hundertmal kontrolliert wird und irgendwelche Bänder wieder nach dem Spiel abgeben muss, damit hier ja alles ordentlich abgeht. Also organisatorisch ist es perfekt und mit, glaube ich, höchster Sicherheit, die überhaupt nur möglich ist für so eine Veranstaltung. Insofern ist es okay. Das Problem ist halt, wenn die Fans hineinkommen und nach so langer Zeit wieder ein Stadion sehen und Spaß haben und den Zugang zu Alkohol haben, dann wird es ein bisschen, wie soll ich sagen, außerhalb der Norm. Attila, vielleicht noch abschließend. Was bekommen denn die VIPs heute geboten von dir? Was steht auf der Speisekarte? Also wir haben ja natürlich immer die spielenden Teams hier im Menü. Ja, Burrata gegen Wienerschnitzel. Ich hoffe, da gewinnt ganz klar das frische Wienerschnitzel. Tiramisu gegen Schinkenfleckerl. Da kann es unentschieden ausgehen. Aber unterm Strich sollte ein Tor mehr für die österreichische Küche fallen. Wir sind stolz, dass wir hier als österreichisches Dienstleistungsunternehmen in Wembley sozusagen Hausherr sind. Ich hoffe, dass nicht nur wir im Finale sind, vielleicht sogar die Österreicher weiterkommen. Und insofern freuen wir uns auf das Spiel. Und abschließend noch, Attila, du hast schon gesagt, also beim Essen steht es auf jeden Fall mal 1-0 für Österreich. Was ist dein Tipp für das Match heute? Ich kann nur für die Sensation tippen. Es ist überhaupt keine Frage, dass die Italiener die erfahrenere Mannschaft sind. Aber es ist ein Turnier. Wir haben beim letzten Spiel gesehen, wie die Deutschen gegen Ungarn sechs Minuten vor Schluss einfach Vierter in der Gruppe waren. Ich glaube, hier ist alles möglich und unsere Burschen sind extrem motiviert, was man hier spürt, hört. Und aus dem heraus glauben wir sehr wohl alle hier an eine Sensation, mehr als das Italien sozusagen das vorgesagte oder der vorgesehene Gewinner ist. Ich hoffe, dass Österreich gewinnt.